Wie du erwähnt hast, sollte den Kindern nicht Yoga oder die innere Wissenschaft beigebracht werden, wenn sie noch klein sind. Wann beginnen wir also mit dem Prozess, reinzudenken und keine unreinen Gedanken zuzulassen? Woher hast du diese reine und unreine Gedankengeschichte? Nicht von mir. Gedanken, welche Art von Gedanken du auch immer hast, welchen Gedanken du auch in deinem Verstand generierst, kommt nur aus den Daten, die dir bislang eingespeist wurden. Ist das nicht so? Du kannst sie nutzen, Permutationen und Kombinationen davon und Millionen Variationen produzieren, aber im Wesentlichen kommt ein Gedanke aus den Daten, die dir bislang eingespeist wurden. Wenn du daran gehst, in deinem Verstand auszusieben, was ein reiner Gedanke ist, was ein unreiner Gedanke ist, oh, du wirst hops gehen. Und wenn du versuchst, die unreinen Gedanken einzudämmen und reine Gedanken zu produzieren, dann bist du erledigt. All die Dinge, von denen diese sogenannten Religionen den Menschen sagten, dass sie Sünde seien, sind zur Vollzeitbeschäftigung des menschlichen Verstandes geworden. Hätten sie sie nur in Ruhe gelassen, wäre jeder seine Neigung entsprechend dahin gegangen, wo er hingehen muss. Jetzt ist es nicht so. Es ist in jedem Verstand gemalt. Weil sie sagten, das ist eine Sünde, denkt nicht daran, denken sie endlos daran. Sie sind nicht einmal so frei, wie Hunde und Katzen es sind, menschliche Wesen. Einfach, weil jemand diese Vorstellung hingestellt hat, dass es etwas Reines und Unreines gibt. Welche unreinen Dinge du im Alter von 25 Jahren gelernt hast, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht mit irgendetwas Unreinem in der Welt in Berührung gekommen. Ich weiß nicht, wo du in 25 Jahren mit all diesen unreinen Dingen in Berührung kamst. Ich habe nichts Unreines in dieser Welt gesehen. Du etwa? Hast du etwas Unreines gesehen? Ich habe nichts Unreines auf dieser Welt gesehen. Es gibt verschiedene Arten von Menschen mit verschiedenen Arten von Problemen und Einschränkungen und Unsinn. Ich denke nicht, dass es unrein ist. Prozess der Reinigung. In verschiedenen Stadien der Reinheit sehe ich Menschen. Und vor allem ist diese Idee von rein und unrein eine sehr kranke Idee. Es gibt einfach Leben um dich herum. Es gibt nur Leben um dich herum. Wenn du bestimmte Aspekte des Lebens als rein und bestimmte Aspekte des Lebens als unrein bezeichnest, gibt es ein ernsthaftes Problem. Ich möchte, dass du verstehst, dieses Problem ist viel ernster, als es die meisten Menschen wahrhaben wollen. So ernst ist es. Im Moment haben viele Religionen und Kulturen auf dem Planeten die grundlegende Biologie an sich als unrein eingestuft. Ja, ja oder nein. Die grundlegenden biologischen Prozesse an sich als unrein. Sexualität ist unrein. Die Menstruationszyklen einer Frau sind unrein. Was zur Hölle? Du wirst daraus geboren. Dann bist du auch unrein. Alles in der Welt ist unrein. Die Schöpfung ist unrein. Wenn du dieses Wort magst, kannst du es benutzen. Aber wer bist du zu entscheiden, was rein und unrein ist? Das ist die Art, wie das Leben gemacht ist, nicht wahr? Es kommt alles darauf an, wie du tust, was du tust, nicht wahr? Je nachdem, mit wie viel Bewusstsein du an sie herangehst, können die gleichen Dinge schön werden, die gleichen Dinge können hässlich werden, abhängig davon, wer sie tut und wie er sie tut. Ist es nicht so? Ja. Etwas so Einfaches wie Essen. Essen kann eine schöne Erfahrung sein, nicht nur für die Ernährung. Auch als Erfahrung, es kann eine schöne Erfahrung sein. Jemand ist so. Wir schauen uns das an. Wack. Alles kann so getan werden, ist es nicht so? Wer es tut, wie es getan wird, das macht den Unterschied aus. Also dieses Vorurteil darüber, was rein und unrein ist, hat diese Menschheit auf so schlimme Weise zerstört. Reine Gedanken und unreine Gedanken. Oh, wenn du das durchsiebst, bist du erledigt. Alle Gedanken sind einfach nur Müll. Okay. Im Grunde stammen sie aus der begrenzten Erfahrung der Vergangenheit. Diese Gedanken sind nützlich für deinen Überlebensprozess. Du hast eine Menge an Informationen aufgenommen. Du willst in der Welt überleben. Diese Informationen sind nützlich. Wenn du das Leben an sich betrachtest, sind diese Gedanken bedeutungslos. Was gestern passiert ist, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was gerade in diesem Moment passiert. Ist das nicht so? Aber in Bezug auf dein Überleben in der Welt musst du dir ein paar Dinge merken. Du musst dein altes Wissen nutzen, um deinen Lebensunterhalt auf dem Planeten zu verdienen. Aber brandmarke dabei nichts als rein und unrein. Das kann dein Leben völlig aus den Fugen geraten lassen. Es gibt nichts Reines. Es gibt nichts Unreines. Das Leben ist einfach so, wie es ist. Es ist an dir, es wunderbar zu machen oder es hässlich zu machen. Jeden Aspekt deines Lebens. Ja? Jeden Aspekt deines Lebens kannst du entweder schön machen oder du kannst ihn hässlich machen. Wenn du bewusst bist, wirst du es schön machen. Wenn du Dinge zwanghaft machst, wirst du es hässlich machen. Alles in deinem Leben, wenn du es zwanghaft machst, wird es hässlich. Ist es nicht so? Wenn du es bewusst tust, kann es schön gemacht werden. Alles. Von der kleinsten Sache bis zur größten Sache. Alles kann schön gemacht werden, wenn du es bewusst tust. Und alles kann in ein hässliches Durcheinander verwandelt werden, wenn du es zwanghaft tust. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020